meine damen und herren herzlich willkommen zu der zweiten folge CSGO und ja würde sagen wir gehen direkt mal in eine runde rein spiel suchen muss ich da aber mal das mikrofon noch richtig aktiv in die gruppe natürlich so wo man noch richtig anziehen weil sonst schiebt sich das die ganze zeit und das ist doof so let's roll so auch welche map warten das nochmal ach diese ok anlass klar da gehen wir am besten gehen wir mal zu den Terroristen vor Ort fahren los ja das ist doch Inferno das ist Inferno lol so ich habe jetzt die aufwärmphase mal rausgecuttet weil das halt nicht so spannend ist meiner meinung nach opala nein was mache ich denn da so ein kill schonmal scheiße man warum muss denn der da sein aber wir haben gewonnen so 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 So, dann wollen wir hier mal ums Eck schauen und den hier schön quillen natürlich. Nice. So muss das laufen. So. Gehen wir wieder den gleichen Weg. Okay. Wo ist das ein? Da ist einer. Ganz genau. Nein! Boah, das hatte ich Glück. Schauen wir mal dem zugekommen. Oh. Da oben. Titan? Nein. Doch jetzt. Super. Da. Hat er den gesehen? Ja. Super. Den hat er auch gesehen. Ja, super. Uh, der hat eine geile. Uh, der hat ein geiles Messer. Oh, ich will auch so ein Messer. Dankeschön. Dankeschön. Nein! Nein! Von der Seite. Das darf ja nicht wahr sein. Och, Menno. Das ist unfair. Plante doch die Bombe. Mensch Junge. Gehe nicht zu A. Gehe zu B. Du solltest zu B gehen. Nein! Oh. Schade. Schade. So. Wie viel Kohle haben wir? Nicht gerade viel. Ähm. Gönnen wir uns die Markern. nachlesen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, Mann, von so weit hinten, das ist ärgerlich. Ach, das ist nur noch alleine, das ist jetzt irgendwie doof. Von ihm. So, jetzt gehen wir aber mal anders hier. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Nein! Nein! Was hat er mich gesehen? Killing! Oh! Oh! Wie kämpft er jetzt hier? Ah, tot, tot, tot. Super! So. Ja, blende sie. Geht doch. So. So. Oh. Nein! Oh, sie schaffen es. Mmh. Ärgerlich. So. 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 Ich glaube nicht. Mann, 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 das ist jetzt doof. Oh, das ist ein geiles Messer. Oh, das ist ein richtig geiles Messer. So. Hey, was macht denn der? Der steht neben ihm. Hä? Ist das doof? Was hat denn der überle... Überle... Oh. Der hätte ihn killen müssen. Ja, und der wird jetzt nun gleich einen Halbschot verpasst. Oder sowas in der Art. Ja, aber B kann jetzt schön planten. Mach doch. Ja, super. Ich muss es hier nur noch gut verteidigen. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Da kommt der Rest. Ja, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ja. 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 Ich muss es hier nicht mehr schief gehen. Ja. 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 So, komm mach schon, geh da raus und kill ihn Ja, in dieser Richtung ist es doof, das ist die falsche Richtung, was macht denn der, was ist eigentlich der andere, nach der Kremt come on nein ja so dann gehen wir um die gleiche Waffe dieses Mal versuchen wir ein bisschen länger zu nehmen okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, das war knapp Nein Wieso hatte der eine AWP? Ja, keine Erfahrung Na gut So, meine lieben Leute Das war es dann auch schon wieder Von der zweiten Folge CSGO Und ja, ich hoffe Wir sehen uns ein andermal Tschüss